Es ist ja schon erstaunlich, wie viel Hype tatsächlich entstanden ist um diesen Enderjuicer und der anscheinend nicht gewollt worden ist, weil die Gewinner sich nicht bei mir gemeldet haben. Also geht er wieder in die Pool rein und er ist wieder zu gewinnen. Es ist schon wirklich traurig, dass Menschen dann nicht mal das Video irgendwie bis dahin gucken, wo ich die Gewinner bekannt gebe und trotzdem am Gewinnspiel irgendwie teilnehmen oder allgemein, sondern ich möchte jetzt gerne diesen Enderjuicer wirklich jemanden schicken, der auch wirklich die Videos bis zu Ende guckt, auch immer. Und für Unterstützung sorgen natürlich auch auf dem Kanal. Also, was du wieder tun musst, kommentieren und ich suche vielleicht 10 aus und im nächsten Video gebe ich wieder 10 bekannt und der dann am schnellsten mir geschrieben hat, auf die E-Mail-Adresse, natürlich auch mit Adresse und solche Sachen, angegeben seine, der wird dann dementsprechend wieder gewinnen und vielleicht sind ja diesmal welche dabei, die ihn tatsächlich haben wollen und es ernst meinen. Also viel Glück und viel Spaß. Viele kommen nicht vom Brot los. Ich bin auf eine interessante Studie gestoßen mit 2,8 Millionen inkludierten Personen und 2400 Fällen von Schlaganfall. Das Verblüffende war, dass allgemein Vollkornprodukte, was meinst du, einen positiven, einen neutralen oder einen negativen Effekt auf das Schlaganfallrisiko hatten? Genau genommen hatten sie keinen positiven Effekt, einen ziemlich neutralen Effekt sogar, wo man doch immer davon spricht, dass Vollkornprodukte eben so gesund sein sollen. Hingegen aber, sie nannten es kaltes Vollkorn, also Müsli, einen signifikanten positiven Effekt hatte. Jetzt kommt meine Interpretation der größten Studie in Bezug auf Schlaganfall und Vollkornprodukte. Die meisten Vollkornprodukte kommen aus dem Brot, was jedem klar sein sollte. Nur was unterscheidet jetzt Vollkornbrote von Vollkornmüsli? Ja klar, es ist die Temperatur, die genossen wird mit Bezug auf die Konservierung des Lebensmittels. Brot beispielsweise wird bei 160 bis 240 Grad gebacken, Müsli hingegen wird nur über ca. bei 80 bis 90 Grad erhitzt. Ja richtig, sie sind beide keine Rohkost, doch dann fehlt es mir viel Schuppen von den Augen. Es gibt einen Stoff und der heißt Acrylamid. So sieht die Reaktionsgleichung aus. Und das nochmal bittlich veranschaulicht. Wie kommt Acrylamid in Lebensmittel? Acrylamid kann sich bilden, wenn Kohlenhydrate, reiche Lebensmittel, stark erhitzt werden. Verantwortlich dafür sind Zucker wie Glucose und Fructose. Die Aminosäure Asparagin. Temperaturen über 120 Grad Celsius und einen geringen Wasseranteil in Lebensmittel. Außerdem spielen die Erhitzungsdauer und die Lagerbedingungen der Lebensmittel eine Rolle. Hohe Temperaturen ab 150 Grad Celsius lassen Lebensmittel am Backen, Braten oder Frittieren bräunen. Dabei entstehen erwünschte Aromen und Geschmackstoffe, aber auch Acrylamid. Das sich ab Temperaturen von 170 bis 180 Grad sprunghaft ansteigen lässt. Kurzfassung, hohe Temperaturen, wenn Kohlenhydrate, das heißt Zucker oder Glucose, sich dann verbindet mit der Aminosäure Asparagin, entsteht das unerwünschte Acrylamid. Dass dies wirklich so ist, ist tatsächlich studienbasiert. Das sehen wir hier, habe ich nochmal in einer unabhängigen Studie für euch gezeigt. Ab 140 Grad geht es so richtig ab mit dem Acrylamid. Dann kam ich weiter zu einem interessanten Puzzlestück, das, wenn anscheinend mehr Gluten enthalten ist, in dem Erhitzungsgut, desto höher sind die weißen Balken und auch das Acrylamid. Das heißt, der Glutenanteil hat einen Einfluss auf die Spülmaschine, die gerade fertig ist. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. In einigen Tierstudien konnte eindrucksvoll gezeigt werden, dass die Krebsbildung bei der Exposition von Acrylamid auf den Habitus mit einem 100- bis 100.000-fachen erhöhten Krebsrisiko einherging. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Glutathion sogar zweimal in der Abwandlung bzw. der Formation bzw. der Unschädlichkeitsmachung beteiligt ist von Acrylamid und der wichtigste Stoff jener Entgiftung ist. Glutathion ist übrigens auch momentan zahlentechnisch monatlich unser meistverkauftes Produkt auf vitasomal.de. Das Problem ist, nach Metastudien, zu Acrylamid. Und die sagen nämlich leider das aus. Bis wir die verbesserten Expositionsbewertungsmethoden eingeführt haben, werden die epidemiologischen Studien, in denen die Beziehungen zwischen Acrylamid und Krebs in der Nahrung untersucht wird, keine aussagigen Kräfteninterpretation haben. Ja, schade. Die Messmethoden sind einfach nicht suffizient. Und meiner Meinung nach persönlich, es gibt zig Studien zu Krebszelllinien und auch in Tierversuchen, die ganz klar das bewiesen haben. Daher meiner Meinung nach Acrylamid gleich Krebsrisiko. Doch wie senkt man jetzt dieses Acrylamid? Wir haben gesehen, wenig Gluten. Schau mal gut. Punkt 1. Punkt 2. Jetzt kommt es aber. Zeige ich euch, in einer Studie wurde Getreidemehl durch Buchweizenmehl ersetzt. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Zunächst geht es um den Tartari-Buchweizen. Gekeimt und normal. Und normale Buchweizen plus gekeimten Buchweizen. Zu sehen ist, dass der tartarische Buchweizen deutlich mehr sekundäre Pflanzenstoffe enthält, wie der normale. Und die gekeimte Variante nochmal deutlich mehr sekundäre Pflanzenstoffe entstehen lässt. Ich setze ja schon seit Jahren auf gekeimte Lebensmittel. Doch jetzt ist interessant, wie weit diese dazu befähigt sind, auch prozentual die Acrylamidbildung zu senken. Und auch dies wurde untersucht und sehen wir hier. Um bis zu 30% weniger Acrylamid, wenn Buchweizen beigemischt wird dem Brot. Und in gekeimter Form sogar nochmal weniger. Übrigens auch bald bei uns, vitasomal.de, beziehungsweise wir nennen es bald um, gibt es ebenfalls gekeimte Produkte bald für euch. Der Effekt ist ebenfalls darauf zurückzuführen, dass der Anteil der Aminosäure Asparagin sinkt. Wir haben ja gerade gelernt, wenn hohe Temperaturen plus Zucker und Asparagin entsteht Acrylamid. Wenn der Anteil von der Aminosäure gesenkt wird, kann auch weniger Acrylamid entstehen. Und das ist der Vorteil ebenfalls von gekeimten Saaten. Zusammenfassung. Brot könnte deutlich gesünder sein, wenn man es unter 140 Grad erhitzt, es gekeimt wird, es Buchweizen beigemischt wird und der Glutenanteil so gering wie möglich gehalten wird. Und dann könnte tatsächlich vielleicht ein fast gesundes Lebensmittel heraus entstehen. Dankeschön fürs Zusehen, du. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen auf vitasomal.de, indem du mich unterstützt und dem, was ich tue und dir was Gutes tust. Dort haben wir Supplements bis vier- bis fünffach höherer Bio-Verfügbarkeit. Dankeschön fürs Zusehen. Den Daumen nicht vergessen, das Abo nicht vergessen und dabei auf die Glocke drücken, damit du wirklich informiert wirst, wenn noch ein Video kommt. Bis zum nächsten Mal. Rufi, gern am Ende mit unserem Team sagt. Ciao. Rufi, gern am Ende mit unserem Team sagt. 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 Rufi, gern am Ende mit unserem Team sagt.